und hier jetzt sind nicht Geld ja kein Geld gern zeigt kein Geld so weil ich weiß müssen müssen bestimmte Uhrzeit einstellen doch jetzt jetzt geht die da weg und jetzt haben wir hier noch einen Zettel diese komische Dingens auf 6 jetzt müssen wir uns hier erstmal durchkurbeln und noch eine Runde kommen eine geht noch und dann dürften wir das haben so und jetzt auf 6 Uhr ah jetzt geht der Kerl da weg jetzt können wir hier ungestört nach oben müssen wir warten bis er ganz weg ist weil wir brauchen soweit ich weiß die sind hier so jetzt so jetzt haben wir einen ein funktionierendes Radio und ja was wir damit machen müssen weiß ich noch nicht genau immer noch ein Opa was sollte man machen sollte die auffüllen ich glaube ich sollte die auffüllen wo hatten wir den hier ist Wasser ah ja stimmt stimmt ja wird nochmal ganz nach unten so Bewegungsfreiheit auch wenn ich das in Spielen eigentlich sehr gerne mag um um hier ist nämlich dieser Haupteingang haben wir letztes Mal schon entdeckt um 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 und zwar haben wir hier Öl nein nicht mit dem Radio Plopp 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 ja vier Tropfen Öl werden hundertprozentig reichen jetzt gehen wir nochmal den ganzen Weg nach oben im Wald zu viel Spaß macht hören aber zuerst Musik warum spielt er denn nicht mit unser Bläser hier hör ich hab Bläser gesagt ähm ja so schlecht so dem seine Ölkanne haben wird aufgefüllt was macht er jetzt für uns wenn man das Radio so ihr bitte vier Tropfen Öl einmal den Rollstuhl geöffnet was wäre jetzt denn noch Sonnenblumenöl oder was kann ich hier vielleicht jetzt das da rein tun nö äh keine Ahnung kriegen Sonnenblumenjagd komm ich jetzt einfach mal runden das ist mir jetzt egal was der Opa sagt kannst du mir vielleicht was sagen du zange n 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 es lässt sich auch einfach so gefallen n n n er will Musik okay in der Kirche in der ersten Musik hier Kuhl wenn man sich das Spiel übrigens im Laden gekauft hätte gäbe es da noch ein Soundtrack CD dazu auf jeden Fall geil die Musik Kuhl was man mit dem hier ist schon so ein Schlüssel Höh lol ja er danst ab, das ist echt cool so ähm was haben wir hier ah ja haben wir auch noch andere brauchen wir noch irgendwas kannst du uns noch was sagen nö kann er nicht so aber ich glaube wir brauchen noch einen nö so Schlüsseldingens nö 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 Loll ist bestimmt so sagt was hier alles noch drin ist aber Hauptsache hier ist ein Schlüssel die Komplettlösung wusste natürlich auch wie ich die Schlüssel anbringen muss so jetzt kann ich da glaube ich rein oder er wollte doch da rein doch kommt nicht dass ich jetzt für zwei Sekunden spielen die Komplettlösung gelesen habe muss ich wieder irgendwas machen machen ach komm ich heute noch mal nach 8 es gibt es doch nicht jetzt habe ich gerade eine Minute gespielt und jetzt schaue ich mir noch mal da schaue ich es mir noch mal an tut mir leid aber sonst wird es ja langweilig tschau bis gleich so oder wäre ich wieder auf mich war natürlich was tun das wesentliche zu entdecken der Brunnen ist jetzt leer und wir können hier durch und stehen außen und können einen Knopf drücken so achte seine alte Freunde dr Das mache ich auch immer so. Wenn ich ein Mädchen sehe, strecke ich sofort meine Hand durchs Fenster. Ah, wir steuern jetzt die. Ach, cool. Ja, dann haben wir jetzt die Halsspirale. Und ein Maiskolb. Hey, wir konnten Popcorn machen. Ah, sie will irgendwie, äh, will, dass sie das da rauslenkt. Kann ich Popcorn machen? Ich will Popcorn machen. Moment, wir haben hier Gedanken. Hm, ja, ein Brecheisen, das war mir schon klar. Können wir jetzt den Topf aufbrechen? Wir brauchen irgendwie einen Schlauch. Kommen wir mit dem da nach oben? Ja. Ach, da ganz nach oben. Ja, das ist... Ja, das ist... Haben wir irgendwas in den Schubladen? Naja, den können wir wirklich nur abstellen. Was können wir mit der Halsspirale machen? Oh mein Gott, ich habe wieder vergessen den Timer anzumachen. Oh Mann, ich will jetzt sowieso schon über eine Stunde, fast eine Stunde, ich gehe zehn Minuten, dann ist es zwölf Uhr, so jetzt kann ich den Kabel hin machen, nein, Mädchen soll es nicht drauf treten, Schatz. Und ich will jetzt das Kabel hinmachen. Loll. Kotz, erst mal schwarze Spaghetti. So, was können wir damals jetzt machen? Ah, hier den Tank befüllen. Und was soll es uns bringen? Ey, ey. Blopp. 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 Loll. Blopp. Blopp. Unz $0 Ich will nur mal wissen, was ich da machen muss. Also ein bisschen mehr Erklärung hätte das Spiel eigentlich schon geben können, weil ich habe jetzt hier gerade irgendwie überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. Überhaupt keinen. Überhaupt keine Ahnung. Komplettlösung, ne? Bis gleich.